Du brauchst kein Tutorial, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Warum brauch ich ein Tutorial? Ich bin ja Gamer. Du hast gesagt, wir schaffen nicht ein Level, ja? Ja. What? Na ja, easy bist du jetzt eigentlich. Aha. Easy? Easy? Ja, ich muss erst mal auf die Steuerung klarkommen. Warte, warte, warte. Wir haben nur noch ein Leben, ne? Nein, 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 alles gut. Sind die alle ... Die sind nicht alle One-Shot, ne? Nee. Du hast noch zwei Leben. Okay, ich bin tot. Wie, du bist jetzt tot? Ja, ich bin jetzt einfach tot. Nein! Doch. Be gone, Spirits. Oh, wait, you're real. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch, der angelt. Ganz schön barbarisch. Ist das jetzt ein Level? Ich hab keine Ahnung, Schätze. Ich hab keinen Plan. Ich hab ein Level gespielt bis jetzt. Oh, shit. Was ist das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber wie? Sie können ja nicht mal abschießen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Das kann nicht das Level sein. Das kann nicht das Level sein. Okay. Ist das jetzt ... Oh mein Gott. Es ist eine riesige Kartoffel. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Digga! Digga! Ich töte es. Oh mein Gott. Ich komm gar nicht. Töte es! Ich komm gar nicht. Nein, klar. Bin ich blau oder rot? Du bist ... rot. Ach, ich hab die ganze Zeit versucht den blauen zu steuern. Wir müssen nur ausweichen. Was macht der? Keine Ahnung, er verschwindet. Die fucking Zwiebel! Warum hat sie Angst? Sie heult! Okay, Regentropfen. Ich bin tot. Scheiße. Es wird immer schneller. Schön, schön, schön. Digga! Digga, was ist das? Kannst du den abschießen? Wie will man da ausweichen, hä? Okay, der könnte draußen auch abschießen. Au, ich bin tot. Der hat ein Auge auf dem Stirn. Der hat ein Auge auf dem Stirn. Wir haben gelogen. Okay, starten. Hoch! Stirb doch endlich! Er will nicht! Stirb! Ja! Geil! Oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel. C- Scheiße! Nee, was ist denn das jetzt? Not again! Das ist ja schwer so ein Bosslevel. Was macht der? Was macht der? Was, ein Arschloch! Bruder! Der kann nicht atmen! Fliegen, fliegen! Die kann man kaputt machen. Ja, ja, ja. Er rast sich wieder aus. Aber wir sind echt gut. Nein, sind wir nicht. Wir haben schon wieder ein Leben verloren. Jetzt! Oh! Oh! Oh, okay! Oh! 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 Was passiert hier? Was bin ich sehend? Was bin ich sehend? Was macht der? Was macht der? Das will ich essen! Ich weiß! Ich nehm jetzt sehr zuversicht curv! Ja, ah.. Nein! Sag das doch nicht! Oh Gott! 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 Oh Gott, oh Gott. Ich mag dieses Spiel nicht. Ich liebe es, es macht mir so viel Spaß. Wirklich. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Joke ist. Baller, 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 baller. Ich baller. Ich hab schon Krampf. Das war sehr knapp. Nee. Okay, wir haben's. Nicht zu nah ran. Ja, Ball passiert. Ach. Das ist so unnatürlich schnell. Du kannst ihm nur Damage machen, wenn der grad sein Maul offen hat. Die Münzen kommen, die gehen immer auf den Boxer da. Jetzt zum Beispiel. Ja, ich bin toll. Was ist das denn jetzt? Nein. Alter, ist das fies. Ja, was nun? Es ist 11.36 Uhr, ne? Wir kommen noch. Ich erwisch das nicht. Ich erwisch das nicht. Wir haben beide Damage bekommen. Ja, wir sind's töten. Wenn ihr jetzt nicht sofort Shuyuka abonniert auf YouTube, bin ich richtig sauer. Dann werde ich jetzt gleich den Arm brechen. Wollt ihr, dass Shuyuka ihren Arm verliert? Wollt ihr, dass sie ihren Arm verliert? Ich glaube nicht. Wenn ihr jetzt nicht sofort abonniert, dann tue ich's. Ihr könnt sie retten, wenn ihr's jetzt tut. Das sind übrigens schon wieder Tiger. Du darfst da nicht sterben. Diese Schlaufe. Guck mal, wie weit wir gekommen sind, Junge. Ich sterbe wirklich. Ich hasste Schlaufen. Nee, alles gut. Schau mal hier. Nein, jetzt hab ich die eine neue. Lass mich vorgehen beim ersten Ding zum Knüppel. Damit wir nicht beide, oder du machst das einfach. Ja, sorry, sorry, sorry. Schlau ist gut. Jetzt können wir schießen. Ich hab überlebt. Oh Wunder, oh Wunder. Ich hab jetzt zwei Leben verloren. Das war's. Nochmal schlank. Ich bin tot. Shit. Aber sehr, sehr geiler Versuch. Wir haben's... Naja. Okay, wir sind aber durch. Es kommt nochmal. Komm, es kann doch nicht so schwer sein. Egal, es ist... Wir haben noch beide jetzt... Ja, ja, mega. Ich geh vor Münze holen. Geil. Theoretisch. Die werden schneller, ne? Das macht das so richtig, ich finde. Das ist so schwer. Ja. Auch okay. Wir müssen jetzt rauf. Runter. Was, was war das? Was war das? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Geil. Geil. Nicht weinen. Freuen. Oh mein Gott. D plus. Digga, was? Ist bestanden. Wir haben's bestanden. Es ist ausreichend hier. D ist in Ordnung. Wirklich. Ist in Ordnung. Ey, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Guckt unbedingt auch noch bei Schnellzig vorbei. Wir haben auch Video aufgenommen. BildschöGang. Tschüssig. Tschüssig.